Moin und Wartmannsheil vom Team Winz. Die invasiven Arten bereiten uns Jägern immer größere Schwierigkeiten. Wir sind dringend dazu aufgerufen, die invasiven Arten intensiv zu bejagen. Mit dazu zählt sicherlich der Waschbär. Die Probleme in den Innenstädten, aber auch im Niederwildrevier sind immens. Eine gute Möglichkeit, den Waschbär an eine Kehrung zu locken, nämlich nicht an die Schwarzwildkehrung, die dann vom Waschbär leergeräumt wird, sondern an eine eigens für ihn vorbereitete Kehrung, bietet sich so eine Waschbär-Fütterung definitiv an. Jeder weiß, wie geschickt die Waschbären sind und die Fütterung ist so konzipiert, dass Waschbären diese nicht zu leicht öffnen können. Angebracht wird die Waschbär-Fütterung mit den dazugehörigen Baumgurten, welche in der Länge verstellbar sind. Die Anbringung ist wirklich denkbar einfach und zum Transport der Fütterung gehört ein Kunststoffbeutel dazu, welcher allerdings eigentlich nur zum Ersteinsatz gedacht ist. Beim Ersteinsatz der Falle empfiehlt es sich, eine kleine Futterspur zu legen, sodass die Waschbären auch genau wissen, wo die Fütterung steht. Befüllt wird die Fütterung anschließend mit Mais und der Waschbär kann lediglich durch diese kleine Futteröffnung den Mais aufnehmen. So ist garantiert, dass nicht zu viel in einer Nacht gleich im Magen des Waschbären verschwindet. Damit anderes Schalenwild nicht an die Fütterung gelangt, montieren wir die Fütterung circa in Kopfhöhe. So ist garantiert, dass auch das Schwarzwild nicht an den Mais in der Futterröhre gelangt. Der verwendete Kunststoff ist nicht nur witterungsbeständig, sondern auch stoß- und schlagfest.